Ab diesem Montag kann der Langzeitkurzarbeitsbonus in Höhe von 500 Euro beantragt werden. Das ist eine Unterstützungsleistung für Personen, die pandemiebedingt für einen langen Zeitraum in Kurzarbeit waren. Anspruchsberechtigt sind jene, die zwischen 1. März 2020 und 30. November 2021 mindestens 10 Monate lang sowie im Dezember 2021 mindestens einen Tag in Kurzarbeit waren und deren sozialversicherungsrechtliche Beitragsgrundlage höchstens 2.775 Euro beträgt. Die Beantragung, Bewilligung und Auszahlung des Langzeitkurzarbeitsbonus erfolgt über die Buchhaltungsagentur des Bundes und ist bis zum 31. Dezember 2022 möglich. Die Grundlage für die Auszahlung dieser Unterstützungsleistung bildet die vom AMS akzeptierte finale Abrechnung der Kurzarbeit durch die Unternehmen. Die Abrechnung durch die Unternehmen erfolgt oft erst einige Monate im Nachhinein. Daher wurde der 11. April als Startzeitpunkt für die Antragstellung gewählt, erklärt Arbeitsminister Martin Kocher in einer Aussendung am Wochenende.